Frau Wernicke, Sie glauben gesehen zu haben, wie Ihr Nachbar, Herr Benkelmann, seine Frau vergiftet hat? Ja, ist das nicht furchtbar? Da gibt es nur ein kleines Problem. Hör mal, hier ist ein Herr Ritter von der Kriminalpolizei bei mir. Ja, guten Abend, Frau Benkelmann. Frau Benkelmann ist ziemlich lebendig. Das alles klingt verdächtig nach... Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Kenn ich gar nicht. Eine Wissenslücke, die man schließen sollte am Freitagabend im Ersten.